Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Feine Festtagsrezepte, die sicher gelingen für alle, die gerne kochen, wollen wir Ihnen auch dieses Jahr im Gobe-Studio vorstellen. Mit viel Liebe gekreiert und wie immer gekonnt präsentiert, werden die Rezepte von Armin Amrein, dem Küchenchef des Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock. Grüezi miteinander. Der Anfang dieser Reihe macht heute eine Vorspeisse aus Crevettes und exotischen Früchten, wie sie sich jetzt natürlich in unseren Läden wieder besonders reichhaltig präsentieren. Auch Gaumenfreude vom Traiteur, wie feine Pasteten, verschiedene Antipasti oder Rauchlachs aus Irland und Kanada, lehnt ihrer Fantasie Spielraum für köstliche Kreationen. Bekanntlich haben Sie am liebsten frische Produkte, Armin. Richtig. Beim Zusammenstellen der Menü schauen wir bei uns im Restaurant vor allem, was gerade Saison hat oder was für Frischprodukte angeboten werden. Erst dann wird ausgewählt und entschieden. Auch Gobe offeriert Ihnen neben tiefkühlten Fisch und Meeresfrüchten frische Fische, Crevettes, Krustentiere, alles aus dem Norden. Saubere Gewässer, schonende Fischerei und schnelle Verarbeitung garantieren dort für Frische und Qualität. Ein paar von diesen Spezialitäten, die bei keinem Festessen fehlen sollten, offerieren wir Ihnen jetzt besonders günstig, lassen Sie sich also verführen. Und da jetzt also unsere Vorspeisse aus dem Gobe Festtagsmagazin. ein Crevette-Cocktail mit Curry, Mango und Avocados. Crevettes mit mildem Currypulver und einem Esslöffel Orangensaft marinieren. Je ein halbes Mango und Avocado schälen und in Würfel schneiden. Ein Viertel Salatgurken ebenfalls schälen, halbieren und ohne Kerne in Streifen schneiden. Auch noch ein Tipp von mir. Die Avocados sollte man nach dem Schälen sofort mit Zitronensaft beträufeln, damit das Fruchtfleisch nicht braun wird. Gut aufgepasst! Für die Soße, Mayonnaise, Joghurt Natur mit Currypulver glatterieren. Den Saft von einer halben Orangen beinfügen und geschlagenen Rahm drüber halten. Jetzt die Gurken in die Cocktailgläser verteilen. Die Crevette mit Mango und Avocado mischen und darauf anrichten. Mit der Currysoße übergießen, gröschen die Sesamsamen drüber streuen und mit Dill garnieren. Und hier zur Erinnerung nochmals alle Zutaten, die wir gebraucht haben. Cervette, Orangensaft und Curry, Avocado, Mango, Gurken, Zitrone, Rahm, Joghurt Natur und Mayonnaise, Dill. Danke, Armin. Das waren Tipps und einer von zwölf Rezeptvorschlägen, die Sie im GOB Festtagsmagazin zu Hause in aller Ruhe nachlesen konnten. Und heute in einer Woche erwarten wir Sie dann wieder hier bei uns im GOB Festtagsstudio. Dann mit einer kulinarischen Höhenflug für das Fest in einer Entenbrust mit Maisplini. Wäre doch schade, wenn Sie das verpassen würden. Jetzt gibt es zuerst aber noch Aktionen, die Sie bestimmt wieder gut brauchen können. Die Clementine im Netz aus Spanien kostet 2,90 €. Mit der GOB Supercard gibt es Piero Lusso Vieneta im Duopack zum halben Preis. Und auf Salami Nostrano von GOB Naturaplan gibt es 300 Superpunkte für Superprämien. Denn Sie wissen ja, die Supercard vorzeigen und sofort profitieren. In zweieinhalb Wochen ist Weihnachten und Sie haben noch immer keine Geschenkidee. Da ist sie. Ein wunderschönes Geschenkset von den beliebtesten Marken aus der Importparfümerie, wie zum Beispiel Davidoff Cool Water Woman für Damen und Job für Herren für je 53,90 €. Das war es von uns aus dem GOB Festtagsstudio. Danke, dass Sie Zeit hatten und weiterhin einen schönen Abend. Ursi, kann mir gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.